Ich möchte in diesem Video eine Frage beantworten, die mir öfters gestellt wird. Und zwar, wie kann ich meinen Online-Kurs am besten verkaufen? Und ich möchte diese Frage völlig ehrlich und transparent beantworten und dir auch ein paar konkrete Beispiele geben, damit du das Ganze für dich einfach besser einschätzen kannst. Und eine Sache, die viele Menschen schon mal nicht verstehen, ist die, es geht nicht nur darum, einen Online-Kurs zu erstellen. Denn einfach nur einen Online-Kurs zu haben, bringt dir nichts. Denn du musst den Kurs ja auch wirklich verkaufen. Zumindest, wenn du damit Geld verdienen willst, wovon ich jetzt mal ganz stark ausgehe. Viele glauben leider, dass sie nur einen Online-Kurs kreieren müssen und ihnen dann die Kunden die Bude einrennen und den Kurs irgendwie kaufen. Aber das ist natürlich Blödsinn. Das heißt, du musst deinen Kurs sehr aktiv verkaufen. Lass uns also mal sehen, wie du das machen kannst und was du dafür wirklich brauchst. Letztendlich gibt es zwei Wege, um deinen Online-Kurs zu verkaufen. Ich habe beides jahrelang ausprobiert und ich finde den zweiten Weg viel besser, denn dadurch kannst du komplett automatisiert verkaufen und auch deutlich mehr Geld verdienen. Der Nachteil ist aber, es ist am Anfang ein bisschen aufwendiger. Lass uns deshalb jetzt mit der ersten Option anfangen, denn diese ist deutlich simpler. Bei der ersten Option machst du einfach einen Launch. Das heißt, ein- oder zweimal im Jahr öffnest du die Anmeldung für deinen Online-Kurs für einen kurzen Zeitraum. Zum Beispiel eine Woche. Das heißt, du hast eine klare Deadline, bis wann man sich anmelden kann. Und das brauchst du, damit die Leute einen Grund haben, um den Kurs wirklich jetzt zu kaufen. Denn die wenigsten Leute werden deinen Kurs kaufen, wenn er ständig über deine Verkaufsseite verfügbar ist. Das ist ein großer Denkfehler, den leider viele Kurs-Creators haben. Was brauchst du also, um deinen Kurs zu launchen? Zuallererst brauchst du natürlich erstmal Reichweite. Zum Beispiel auf Instagram oder YouTube. Und im besten Fall hast du auch eine E-Mail-Liste. Denn, wie man so schön sagt, in der Liste liegt das Geld. Wenn du jetzt aber keine Reichweite hast, dann macht es ja auch überhaupt keinen Sinn, einen Launch zu machen. Denn an wen willst du den Kurs denn verkaufen? Übrigens, du kannst auch ohne Reichweite deinen Online-Kurs verkaufen. Darauf gehe ich später ein. Wenn du jetzt aber launchen willst, brauchst du also Reichweite und eben am besten auch eine E-Mail-Liste. Was brauchst du noch, um zu launchen? Du brauchst eine Verkaufsseite, also eine Sales-Page. Und mach dir bitte auch bewusst, eine gute Sales-Page zu schreiben, dauert seine Zeit. Ich würde mal sagen, so grob zwischen 5 und 20 Stunden, in Abhängigkeit von deiner Erfahrung. Dann brauchst du 2 bis 5 Pre-Launch-E-Mails. Also E-Mails, um deine E-Mail-Liste einfach auf den Launch vorzubereiten. Und dann brauchst du natürlich nochmal 5 bis ca. 8 Launch-E-Mails. Also E-Mails, die du verschickst, während der Kurs erhältlich ist. Wenn du keine E-Mail-Liste hast, dann musst du das Ganze eben übertragen auf Instagram oder auch auf YouTube. Das heißt, auf Instagram könntest du eben Storys machen, Pre-Launch-Storys und dann eben Storys während dem Launch. Und wenn du über YouTube launchen würdest, müsstest du eben ein paar Videos machen. Auch wieder hier im besten Fall Pre-Launch-Videos und eben Videos während dem Launch. Es geht einfach nur darum, dass du deine Community auf den Launch vorbereitest und natürlich während dem Launch sie auf die Sales-Page schickst. Denn dort machst du ja die Verkäufe. Das ist so im Groben, was du brauchst, um deinen Online-Kurs zu launchen. Ich persönlich habe meine ersten Online-Kurse alle so verkauft, aber ich bin kein so großer Fan von Launches. Warum? Also, es ist zum einen ganz schön stressig, das alles vorzubereiten. Oft musst du schon vier oder fünf oder sechs Wochen vorher mit der Planung anfangen. Manche fangen sogar zwei Monate vorher an. Der nächste Punkt, du hast dann zweimal im Jahr einen Einkommens-Spike. Du verdienst dann zweimal im Jahr super viel, aber die restliche Zeit sitzt du ziemlich auf dem Trocknen. Und das ist etwas, was ich persönlich nicht wirklich mag. Drittens, es ist schwer, dein Online-Business zu skalieren, weil du auf einen Launch nur sehr schwer Ads schalten kannst, also bezahlte Werbeanzeige. Was in meiner Erfahrung viel besser funktioniert, als deinen Online-Kurs zu launchen, ist eben die zweite Option, nämlich deinen Online-Kurs über ein Webinar Evergreen Funnel zu verkaufen. Die Vorteile davon sind, dass du einfach 365 Tage im Jahr, 24 Stunden pro Tag deinen Online-Kurs komplett automatisiert verkaufst. Ich mache zum Beispiel, ich würde es mal sagen, 80% meiner Sales, während ich etwas anderes mache. Ich bin im Gym trainieren, ich sitze mit Freunden im Restaurant, ich schaue mir einen Film an, ich bin im Urlaub oder ich schlafe. Und das ist übrigens kein Witz. Wenn ich morgens mein Handy anmache, bekomme ich so gut wie immer Benachrichtigungen von Digistore, meinem Zahlungsanbieter, dass ich ein oder zwei oder drei Online-Kurse verkauft habe. Über Nacht, während ich geschlafen habe. Wie funktioniert das Ganze? Indem du deinen Online-Kurs eben über ein automatisiertes Webinar verkaufst. In diesem Webinar erzählst du deine persönliche Geschichte, gibst viel Mehrwert und am Ende lädst du die Teilnehmer eben dazu ein, deinen Online-Kurs zu bestellen, zu einem Sonderpreis. Das Ganze hat mehrere Vorteile. Erstens, du kannst den Online-Kurs das ganze Jahr über verkaufen. Zweitens, du kannst den Kurs auch oft teurer verkaufen, weil Webinare einfach sehr gut konvertieren. Drittens, selbst wenn jemand deinen Kurs nicht kauft, baust du einfach durch das Webinar sehr viel Vertrauen auf und diese Person kauft eventuell später bei dir. Du hast ja die E-Mail-Liste. Das heißt, du kannst sie weiterhin kontaktieren, weiterhin Angebote machen. Viertens, du musst deine Community nicht dauernd damit nerven, dass sie jetzt deinen Online-Kurs kaufen sollen, sondern durch dieses Webinar bietest du ihnen erstmal kostenlosen Mehrwert. Das heißt, hey, wenn du XYZ lernen willst, schau dir mein kostenloses Webinar an. Und fünftens, du kannst auf dieses Webinar einfach sehr gut Ads schalten. Das heißt, du kannst einfach mit Ads dein komplettes Online-Business super gut skalieren und es ist sehr, sehr einfach zu tracken und zu schauen, sind meine Ads profitabel oder nicht. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Mit diesem System ist es in meiner Erfahrung relativ einfach, auf fünfstellig im Monat zu kommen, also Gewinn. Und zwar entweder dadurch, dass du einfach eine gewisse Reichweite hast oder eben durch bezahlte Werbeanzeigen oder beides. Aber ganz wichtig, du kannst auch mit sehr, sehr wenig Reichweite einfach durch die Werbeanzeigen relativ schnell auf fünfstellig im Monat skalieren. Ein ganz wichtiger Punkt noch, es gibt noch einen kleinen Trick, mit dem du nach deinem Webinar nochmal 20 bis 30 Prozent der Menschen, die nicht im Webinar gekauft haben, dazu bringen kannst, danach doch noch deinen Online-Kurs zu kaufen. Und auch das vollkommen automatisiert. Das heißt, mit diesem Trick kannst du nochmal 20 bis 30 Prozent mehr Sales machen. Wie das genau funktioniert, erfährst du in meinem kostenlosen Online-Training. Den Link dazu findest du in der Beschreibung von diesem Video. Schau es dir unbedingt an, denn es ist super wertvoll und du wirst sehr viel lernen. Nicht nur diesen Trick, sondern auch einiges mehr. Lass mich an dieser Stelle aber auch ganz ehrlich sein. Über einen Webinar Evergreen Funnel deinen Online-Kurs zu verkaufen, ist erstmal aufwendiger. Vor allem, weil du eben ein gutes Webinar erstellen musst. Aber es funktioniert einfach sehr viel besser. Ich habe selbst jahrelang meine Online-Kurse immer nur gelauncht, weil ich keine Lust hatte, ein Webinar zu bauen. Ich wusste nicht genau, wie das Ganze funktioniert und mir war das irgendwie alles zu komplex und ich hatte einfach keinen Bock darauf, mich in die ganze Thematik einzuarbeiten. Aber Ende 2019 habe ich mir dann einen Ruck gegeben und eben mein erstes Webinar erstellt. Und seitdem bin ich ein riesen Fan davon. Einfach, weil du komplett automatisiert verkaufen kannst und letztendlich auch viel mehr verdienst. Und tatsächlich habe ich auch seitdem keinen einzigen normalen Launch mehr gemacht, sondern alles nur noch über automatisierte Webinare. Und seitdem ich dann im Jahr 2022 angefangen habe, Ads auf die Webinare zu schalten, mache ich drei bis viermal so viel Gewinn wie vorher. Tendenz steigend. Mein ganz großer Tipp deshalb an dich, verkaufe deinen Online-Kurs über einen Webinar Evergreen Funnel und fange auch an, Ads zu schalten. Denn es kann dein Online-Business wirklich komplett transformieren. Was aber super wichtig ist, damit das Ganze einfach funktioniert, ist, dass dein Online-Kurs das richtige Thema hat beziehungsweise in der richtigen Nische ist. Deshalb habe ich ein kostenloses Online-Training erstellt. Darin erfährst du unter anderem, welche zwei Arten von Online-Kurse sich am besten verkaufen und wenn du einen Kurs momentan hast, der sich vielleicht nicht gut verkauft, wie du ihn mit ein paar kleinen Veränderungen zu einem Bestseller machen kannst. Du erfährst, wie ein Webinar Evergreen Funnel genau funktioniert und was du dabei beachten musst. Und du erfährst, wie du durch bezahlte Werbeanzeigen sehr schnell auf fünfstellig im Monat skalieren kannst. Um dir das Online-Training anzuschauen, klicke einfach hier auf den Link im Video oder auch auf den Link in der Beschreibung von diesem Video. Und ich bin mir sicher, du wirst in diesem Training eine Menge lernen, denn es ist voller Mehrwert. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.